Was können wir von der Natur für die Produktionstechnologie lernen? Die Antwort ist eine ganze Menge. Nehmen wir uns diese Optik, wie sie in vielen Sensoren zu finden ist. Wir haben auf ihre Oberfläche Nanostrukturen eingebracht und dabei stand uns die Naturmodelle. Die Augen einiger nachtaktiver Motten haben genau solche Strukturen. Und sie ermöglichen den Motten im spärlichen Licht der Dämmerung dennoch gut zu sehen. Und zwar dadurch, dass die Reflexionswirkung vermindert und dadurch die Transmissionswirkung erhöht wird. Und das ist für die Motten überlebenswichtig. Wir haben uns die Beschaffenheit und Funktionalität dieser Strukturen abgeschaut und mittels Warmumformung auf diese Optikoberflächen gebracht. Und das Ganze ohne zusätzliche umweltschädliche Beschichtung. In Sachen Anpassungsfähigkeit ist die Natur unschlagbar. Seit jeher erschaffen ist Tier- und Pflanzenarten, sich auf wechselnde Bedingungen einzustellen. Und das sicher der Überleben. Jeder kennt das Prinzip als The Survival of the Fittest. Nur der Anpassungsfähigste überlebt. Auch in Industrie und Wirtschaft gilt das Prinzip des Überlebens durch Anpassung. Während es in der Natur wechselnde Umgebungseinflüsse sind, so sind es in der Produktionstechnik beispielsweise neue Materialien, neue Designs oder gänzlich neue Fertigungsverfahren. Schon lange setzen wir in der Technik Lösungen und Prinzipien aus der Natur ein. Wir bezeichnen das Ganze als biologische Transformation. Und das Einbringen von Mottenaugen Strukturen in Glasoptiken ist nur eines von unzähligen Beispielen dieser Transformation. Im Forschungsprojekt Evolopro wollen wir noch einen Schritt darüber hinausgehen. Mit insgesamt sieben Fraunhofer-Instituten gehen wir gemeinsam den Fragen nach, wie schafft es die Natur, diese Anpassungen durchzuführen? Und welche Prinzipien liegen dem zugrunde? Und für uns natürlich ganz besonders wichtig, wie können wir das Ganze auf Produktionssysteme übertragen? Interessant ist dabei die Tatsache, dass die Natur nie bei Null anfängt. Sie setzt immer auf bestehenden Lösungen auf. Sie geht nie zurück ans Zeichenbrett. Genau das wollen wir auch für den Produktionskontext übersetzen. Wie können wir mit bestehenden Daten und Informationen unsere Produktion flexibler machen? Nehmen wir beispielsweise diese Blisk, ein sicherheitskritisches Bauteil aus der Luftfahrt, das verschiedene Eigenschaften aufweist. Ändern sich nun die Umweltbedingungen, wie beispielsweise der Anspruch, einen effizienteren Fertigungsprozess zu haben, oder einen gesenkten Kraftstoffverbrauch dieses Bauteils im realen Einsatz, dann ändert sich zwangsläufig auch der Fertigungsprozess. Und das ist immer mit Zeit und Kosten verbunden. Viel effizienter wäre es doch, wenn wir bereits auf das bestehende Wissen zurückgreifen könnten oder in unserem Kontext bestehende Daten. Und genau das ist Ziel des Evolopro-Projektes. Wir möchten nur an den wichtigen Punkten die wichtigsten Änderungen durchführen. Und dann haben wir unseren flexibilisierten Fertigungsprozess. In den nächsten Videos soll es weiter um die Use Cases von Evolopro gehen. Auf die Luftfahrt haben Sie bereits einen Vorgeschmack bekommen. Wir haben aber auch noch die Use Cases Optik und Automotive. Also in diesem Sinne, bleiben Sie gespannt! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!